Die Bundesregierung eröffnet einen neuen Fond zur Subventionierung der Videospielbranche, der Flugsimulator bekommt noch im Dezember VR und die Eröffnung von Super Nintendo World steht fest. Ich bin Natascha und das sind die News. Das Münchner Videospiel-Entwicklungsstudio Mimimi hat seine Unabhängigkeit angekündigt. Das nächste Projekt, das derzeit unter dem Codenamen Süßkartoffel entwickelt wird, wird nicht mehr von einem externen Publisher wie zuletzt Daedalic oder THQ Nordic umgesetzt, sondern vom Studio in Eigenregie veröffentlicht. Unterstützt werden sie dabei von der deutschen Bundesregierung. Über das neue Spiel ist bisher noch nicht viel bekannt, nach Shadow Tactics und Desperados 3 soll es allerdings wieder ein Echtzeit-Taktik-Spiel werden. Der Codenamen Süßkartoffel ist eine Anlehnung an Desperados 3, das intern mit dem Projektnamen Kartoffel belegt war. Mimimi verabschiedet sich dankend von seinen früheren Partnern Daedalic Entertainment und THQ Nordic, man wolle nun aber seine eigenen Entscheidungen treffen und auch eigene Fehler machen, heißt es im Statement auf der offiziellen Webseite. Das Projekt wird von einem privaten Investor unterstützt, sowie von der deutschen Bundesregierung. Es handelt sich dabei um ein neues Finanzierungsprojekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mimimi gehört zu den ersten Studios, die über das offizielle Programm zur Subventionierung der Videospielindustrie gefördert werden. Wenn ihr einen begeisterten Flugsimulator-Fan in der Familie oder im Freundeskreis habt, dann wäre ein VR-Headset vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk. Denn fast pünktlich zum Fest am 22. Dezember bekommt das Spiel VR-Support. Unterstützt werden alle großen Hersteller, allerdings ist nicht ganz klar, ob man das Spiel dann beispielsweise über den Oculus Store kaufen kann oder ob einfach nur das Headset unterstützt wird. Die Steuerung wird mit VR-Headset sowohl im Gameplay als auch im Menü dann über die VR-Controller vorgenommen. Yay, der neue Freizeitpark Super Nintendo World hat endlich einen Eröffnungstermin. Der Park innerhalb der Universal Studios Japan soll am 4. Februar 2021 seine Pforten für die ersten Gäste öffnen. Der Eröffnungstermin musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun scheint die japanische Regierung zuversichtlich, dass die Seuche bis Februar überstanden sein wird. Ursprünglich angekündigt wurde der Park bereits vor fünf Jahren. Es gibt auch einen ersten ganzen Haufen Bilder und einen kurzen Trailer, in dem wir Teile des Parks bereits bestaunen dürfen. Unter anderem gibt es natürlich eine Mario Kart Attraktion, mehrere Achterbahnen und jede Menge interaktive Elemente wie Knöpfe und Hebel oder AR-Headsets. Die neue Xbox Series ist am Start, aber leider gibt es derzeit kaum neue Spiele, mit denen man die Power der Konsole so richtig auskosten kann. Warum also nicht ein paar alte Spiele spielen? Immerhin sind über 2000 Spiele über die Abwärtskompatibilität der Konsole spielbar. Aber statt sich in diesem beeindruckenden Katalog zu bedienen, sind wohl einige dazu übergegangen, Playstation 2 Spiele auf ihrer neuen Konsole zu emulieren. Wie das funktioniert? Im Development-Modus der Konsole kann die neue Xbox UWP nutzen, Universal Windows Plattform und ist damit im Grunde genommen einfach ein PC. Die User basteln noch ein bisschen, denn derzeit ist die Größe der Files begrenzt, was deutlich einschränkt, welche Spiele emuliert werden können. Auch Grafik, Musik und Performance sind noch nicht optimal, während daran noch gearbeitet wird, ist allerdings schon ziemlich beeindruckend, welche Qualität quasi straight out of the box möglich ist. Die Nintendo Switch hat ein neues Systemupdate bekommen und nachdem nun einige Updates lang nur die Stabilität des Systems optimiert wurde, gibt es dieses Mal wieder ein paar interessante neue Features. So könnt ihr in Zukunft eure Bilder und Videos direkt und unkompliziert auf euer Smartphone übertragen. Dazu müsst ihr nur die beiden Geräte direkt drahtlos miteinander verbinden, das geht über einen QR-Code und dann könnt ihr immer direkt 10 Screenshots und ein Video auf einmal auf euer Handy ziehen. Alternativ könnt ihr die Konsole direkt mit USB an euren PC anschließen und so auf die Bilder und Videos zugreifen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr mehrere Spiele updaten oder herunterladen wollt, jetzt selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge das passieren soll. Besonders interessant ist natürlich auch, dass ihr jetzt eure Speicherdaten zwischen euren Konsolen, wenn ihr mehrere Nintendo Switches habt, übertragen könnt. Der Download erfolgt automatisch über die Speicherdaten-Cloud, vorausgesetzt natürlich, ihr habt Nintendo Switch Online. Das gibt's jetzt außerdem für schnelleren Zugriff direkt über das Home-Menü. Nintendo Switch Online ist der kostenpflichtige Online-Dienst der Konsole, für eine Person kostet das 20 Euro im Jahr. Ihr könnt allerdings auch einen Familien-Account mit bis zu 7 Freunden für 35 Euro im Jahr anlegen. Im Gegensatz zu Spotify müsst ihr hier übrigens nicht nachweisen, dass ihr im selben Haushalt lebt. Alle Infos zu den Neuerungen mit dem System-Update 11.0.0 findet ihr auf GamePro.de, den Link zum Artikel findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung oder ihr klickt ganz bequem hier oben auf die Infobox. Wenn ihr auf der Playstation 5 eine Trophäe freispielt, dann nimmt die Konsole automatisch einen kurzen Clip davon auf. Allerdings nicht nur vom Spielgeschehen, sondern auch von eurer Reaktion. Denn das Mikrofon ist bei diesen Clips automatisch offen. Das haben ein paar Demon Souls Fans auf Reddit festgestellt, denn auf den Clips zu ihren Meilensteinen sind auch ihre Freudenschreie zu hören. Während es in diesem Fall als witziges Feature zu betrachten ist, ist es grundsätzlich vielleicht nicht ganz unproblematisch, wenn die Konsole automatisch eine Tonaufnahme von euch im Zeitraum der Freischaltung anfertigt. Ihr könnt das allerdings natürlich unterbinden, indem ihr das Mikrofon, das standardmäßig aktiviert ist. Einfach ausschaltet. Auch die automatische Aufnahme von Clips bei Trophäen könnt ihr in den Systemeinstellungen deaktivieren. Was, betrachtet man den geringen Speicherplatz der Konsole, vielleicht gar nicht so ungeschickt ist. Oder ihr löscht einfach die Clips, nachdem ihr eure Favoriten auf ein externes Speichermedium exportiert habt. Eine New Yorkerin hat wohl eine Videospiel-Sammlung im Wert von über einer halben Million Dollar entsorgt. Das schrieb ein Mitarbeiter von JNL Game, einem Gaming-Laden in New York auf Twitter. Er habe seine Sammlung von Vintage- und Retro-Spielen zum größten Teil noch original verpackt und versiegelt sowie einen Haufen hervorragend erhaltener Vintage-Spielekonsolen und Hardware im Haus seiner Mutter eingelagert. Nun musste er feststellen, dass sie große Teile der Sammlung wohl bereits vor ein paar Jahren entsorgt hat. Mit dabei Ataris, Coleco, Intelli, Famico, S-Famico, Mega Drive, sowie mehrere Gitarren und Pedale, ein Schlagzeug, alle seine Skateboards und eine Comic-Sammlung. Offenbar war ihr nicht bewusst, welche Schätze sie da weggeworfen hat. Den Thread auf Twitter hat er inzwischen gelöscht, da er ziemlich heftig auf den Verlust reagiert hat. Ich hab mal gehört, dass es früher tatsächlich mal eine Zeit gab, als man zum Launch eines neuen Produkts einfach in den Laden gehen konnte, um es zu kaufen. Mit Unterhaltungs-Hardware ist das allerdings schon lange nicht mehr so und mit jedem Launch wird die Situation lächerlicher. Es ist nicht das erste Mal, dass Leute, die im Vorverkauf eine neue Konsole reservieren konnten, diese Reservierung auf Ebay teuer weiterverkaufen, aber was dieses Jahr mit PlayStation 5 und Xbox Series abgegangen ist, ist auf einem ganz neuen Niveau. Sogenannte Scalper kaufen mit Hilfe von Bots tausende von Reservierungen, um sie dann mit hohen Gewinnen auf Ebay und Co weiter zu verkaufen. Zum Launch der PlayStation 5 konnte eine anonyme Gruppe über 3500 Konsolen wegschnappen, nun wurde die Xbox Series X restockt und auch hier hat die gleiche Gruppe wieder zugeschlagen und nochmal 1000 Konsolen abstauben können. In einem Statement geben sie zu, nichts zu bereuen, da sich einige Menschen so ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Außerdem hätten so Kinder die Chance, sich über ein Geschenk zu freuen, die sonst keine Konsole bekommen hätten. Awww. Und pünktlich zum meteorologischen Winteranfang, zum ersten Dezember und zum ersten Schnee dürfen wir das erste Türchen in unserem Adventskalender öffnen. Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder jede Menge richtig fetter Preise zu gewinnen, von Mobiliar über Spiele bis zu High-End-Hardware im Wert von insgesamt über 20.000 Euro. Heute am ersten Tag gibt es einen wundervoll bequemen Noble-Share von Case King zu gewinnen, also auf zum Adventskalender und dort das erste Türchen öffnen. Die Gewinner werden einmal pro Woche ausgelost. Für alle möglichen Fragen haben wir außerdem einen Artikel für euch, zu dem kommt ihr über den Link in der Videobeschreibung oder hier oben über die Infokarte rechts in der Ecke. Und damit geht es für heute wieder zum Ende mit den News. Wenn ihr die Show morgen nicht verpassen wollt, solltet ihr, sofern nicht längst geschehen, definitiv den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir haben auch jede Menge weiterer spannender Videos, wie zum Beispiel unseren Test zu Immortals Phoenix Rising oder diese Liste von Spielen, die ihr auf der Switch kostenlos spielen könnt. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!